ARD Text im Auftrag von Funk Das als ein Möbelstück behandelt wird Also was darf ich denn heute wieder nicht erfahren? Ich sagte ja auch nicht die Wahrheit Ja komm Vielleicht sollte ich euch nicht so bedrängen Ersetz dich einmal in meine Lage Ich dachte, wir haben einfach mal ein schönes Wochenende zusammen Ganze Familie Kommt selten genug vor